So, willkommen zurück hier zu Warcraft 3 Reforged. Wir machen weiter jetzt mit den Untoten, der Fahrt der Verdammten. Der Marsch durch die Asche ist das erste Kapitel und wir beginnen auch direkt ohne große Umschweife. Der Marsch durch die Asche. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich in der ganzen Hauptstadt und bis zu den ganzen Lordaerons ausgebreitet. Der Tod ihres geliebten Königs hat Lordaerons Streitkräfte geschockt und entmutigt und durch den Angriff der Untoten haben sie sich in alle Winde verstreut. Nun ist Lordaeron nur noch ein Schatten seiner einzigen Größe und von Prinz Arthas ist noch immer keine Spur. Was geht hier vor? Malganis! Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord. Wie Malganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren... ...Enthusiasmus. Ja. In seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, der mir lieb und teuer war. Und empfinde dennoch keine Reue. Keine Scham. Kein Mitleid. Eure Runenklinge wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag es Seelen zu verschlingen. Eure hat sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen. Was ist des Lichtkönigs Wille? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Gut. Ah, ich sollte vielleicht mal hinterher mal starten. So, äh, tack. Äh, halt mal. Zack. So, Ghoul. Rette 24 Akolyten. Sprecht, Dummkopf. Arthas muss überleben. Die Ghoul sieht quasi die Footman der... Vorsicht. ...der, der, der, der... ...untodig. Und der Todesmantel entspricht dem heiligen Licht bei dem Paladin. Ah, endlich. Seid gegrüßt, Herr. Unser Meister Keltuzad sagte uns, ihr würdet kommen. Keltuzad? Woher konnte er wissen? Gebt Acht. Wenn die Bewohner eure untoten Begleiter sehen, werden sie die Wachen alarmieren. Endlich. So, die tauchen die Zierhalle auf und fangen jetzt an, die Chontreus anzubeten. Das ist schon besser. Ah, endlich. Frostgramat Hummel. Ich lebe, um zu dienen. Prinz Atras, zu den Waffen. So, jetzt seht ihr zum Beispiel der Ghoul, der wird massiv hingegangen. Da brauche ich jetzt einmal eine Coil drauf. Also diesen Todesmantel, heißt auf Englisch Coil. Und schon ist er wieder geheilt. Das geht natürlich auch andersrum. Wir können den Coil auch auf den Todesmantel auf eine gegnerische Einheit draufknüppeln. Ich habe jetzt noch nie gesehen, wie Arthas da so mit dem Schwert rumfockt. Frostgramat Hummel. So, man kann auch den Kannibalismus hier fördern. Indem wir jetzt einfach die Rude anfangen, die Leichen zu fressen. Und was ist es diesmal? Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Vorsicht. Die Untoten schlagt Alarm. Das ist schon besser. So, das hätten wir. Frostgramat Hummel. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Geht zu den hiesigen Friedhöfen. Die Begrabenen werden euch gute Dienste leisten. Ich werde eure Augen sein. Ein Schemen. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Damit können wir denen jetzt verfolgen. Die Schemen sind unsichtbar. Und dann sehen wir uns ganz genau, wo die Typen lang gehen. Das ist schon besser. Feiger Verräter. Jetzt Frostgram. Ich lebe, um zu dienen, Eure Erlaubschaft. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Mein Leben für Nersul. Feiger Verräter. Frostgram hat Hunger. Mein Leben für Nersul. Fünf haben wir schon mal. So, die tauchen jetzt hier alle auf. Hommler, 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 Hommler. Untote Elitewache. Dichondrios. Schreckenslord. Niemand erteilt mir Befehle. Seht durch meine Augen. Ich gehe ungesehen. Ah, endlich. Eieiei. Endlich. Fuck, 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 fuck. Wie laufe ich jetzt? Okay, so geht's auch. Einfach an der Stadtwache vorbei. So, da ist einer. Da sind ziemlich viele Zivillis. Da ist eine Boxerei. Sprecht, Dummkopf. Sprecht, Dummkopf. Seht durch meine Augen. Was ist es diesmal? Mein Leben für Nersul. Schlagt Alarm. Ah, endlich. Was muss offenbart werden? Sprecht, Dummkopf. Muss spachteln. Muss spachteln. Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Sprecht, Dummkopf. Nein. Nein. Ja. Nein. Für den Lichtkönig. Was ist das? Fuck, 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 fuck. Lauft, lauft, lauft. Endlich. Lauft. Rant weg. Endlich. Frostgram hat Hunger. Puh. Endlich. Können die Soldaten da bitte einmal weggehen? Seht durch meine Augen. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ah, was ist los? Gut. Und auch nicht. Ich will eure Augen sein. Mal sehen. Ich schau mal rein. Da ist nur einer. Niemand erteilt mir Befehle. Da reiten wir mal eben schnell hin. Das ist schon besser. So. Ich lebe, um zu dienen, eure Lordschaft. Bläh. 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 Was ist los? Bläh. Seht durch meine Augen. So. Ich gehe ungesehen. Mal sehen. Hm. Ich gehe ungesehen. Sprecht, Dummkopf. Die Hundtoten schlagt Alarm. Ah, endlich. Ich werde eure Augen sein. Ich schau mal rein. Alles soll offenbart werden. Was ist es diesmal? So, ich speichere mal kurz ab. Da. Spalzern. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ich beuge mich eurem Willen. Frostgram hat Hunger. Ah, gut. Endlich. Ich habe Glück. Diese Gräber sind noch frisch. Erhebt euch. Im Namen des Lichtkönigs. Heilige Aura. Mal gucken. Was ist los? Skelettkrieger. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Was ist los? Lauft, kleine Ghule. Vorsicht. Das machen wir jetzt nur mit Arthas. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Ja. Das mag ja sein, dass der Hunger hat. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Ich will jetzt nur kurz den Typen anticken. An Trägern. Endlich. Gnade, mein Lord. Ich lebe, um zu dienen. Ah, endlich. Das ist schon besser. Seht durch meine Augen. Mal sehen. Was ist es diesmal? Ich werde eure Augen sein. Niemand erteilt mir Befehle. So. Seht durch meine Augen. Was ist es diesmal? Geschafft. Sprecht, Dummkopf. Was muss offenbart werden? Vielleicht gleich erstmal die Hälfte. Ich gehe hier ungesehen. So. Was haben wir hier? Ich schau mal rein. Da haben wir einen. Seht durch meine Augen. Ich werde eure Augen sein. Interessant. Was ist es diesmal? Die Kinderzivilisten scheinen unverwundbar zu sein. Ich gehe hier ungesehen. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Das ist schon besser. Endlose Teile erwartet euch. Banditen, für den Lichtkönig. Endlich. Das ist schon besser. Ah. Endlich. Mein Gott, die haben so eine komische Formation hier. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Vorsicht. Wir haben jetzt die Hälfte an. Alles soll offenbar werden. Auch guck mal hier. Das wäre süß. Sprecht Dummkopf. Die kümmern uns als nächstes. Vorsicht. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. So, ich bin dafür das Arzt, der angebraucht auszieht. Falker Verretter. Vorsicht. Sprecht Dummkopf. Vorsicht. Endlich. Das ist gut. Das ist die unheilige Aura. Erhöht auch noch die Regenationswarte. Befehle. Der... Ich beuge mich eurem Willen. Das ist schon besser. Da muss der Spinnenring. Er höhlt jetzt mit der Wechselkopf. Das fällt nur um eins. Was muss offenbar werden? Was ist es diesmal? Vorsicht. Frostgram hat Hunger. So. Nock, nock. Das ist schon besser. Ich beuge mich eurem Willen. Was ist es diesmal? Vorsicht. Ich füge den Schaden ab. Der einmal. Frostgram hat Hunger. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, ein Mahertrank. Der nimmt er schon mal. Seht durch meine Augen. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Alles soll offenbart werden. Da ist auch einer. Ich gehe ungesehen. Ich schau mal rein. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Mal sehen. Ich schau mal rein. Alles soll offenbart werden. Ich schau mal rein. So. Alles soll offenbart werden. Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. So. Die Verdammten stehen bereit. Frostgram hat Hunger. Ich werde eure Augen sein. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Die Toten sind aufverstanden. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. Vorsicht. Niemand erteilt mir. Ihr solltet dafür brennen. Niemand erteilt mir Befehle. Ja gut. Die zwei kriegen wir auch so kaputt. Nein. Nicht der Gould. Nein. Nicht der Gould. Jetzt werdet ihr leiden. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Seht durch meine Augen. So. Mal sehen. Was ist es diesmal? Die Hundtoten schlagt Alarm. Endlich. Gut. Oder auch nicht. Vorsicht. Haben wir uns jetzt dadurch geschnetzelt? Schnitzelt. Ich will eure Augen sein. So. Dann haben wir da rein. Niemand erteilt mir Befehle. Ah. Endlich. Die Verdammten stehen bereit. Hilfe. Frostgarm hat Hunger. Okay. Endlich. Was ist es diesmal? Seht durch meine Augen. Ich schau mal rein. Die Hundtoten sind zurückgekehrt. Ah. Endlich. Vorsicht. Feigefeiter. Niemand erteilt mir Befehle. Fötet sie alle. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Endlich. Vorsicht. Frostgarm hat Hunger. Spacht. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. So. Niemand erteilt mir Befehle. Dann einmal kann ich überlösen. Was ist es diesmal? Wasser, Heiltrank. Frostgarm hat Hunger. Oder auch einer, genau. Ich lebe, um zu dienen, eure Leidenschaft. Wir sind jetzt dann. Ist hier jemand im Kirchfeld drin? Für den Lichtkönig. Frostgarm hat Hunger, um zu dienen, eure Leidenschaft. Das ist schon besser. 22. Frostgarm hat Hunger. Ich will in den Augen sein. Ich gehe ungesehen. Da ist kein Stinker drin. Alles soll schon offenbart werden. Ich schaue mal rein. Vorsicht. Endlich. Ach Gott, jetzt habe ich auch angefangen, Holz zu hacken. Frostgarm hat Hunger. Schacht Alarm. Endlich. Frostgarm hat Hunger. Das war noch was. Gehen wir nochmal zurück. Das ist gut. Und derzeit können wir ein bisschen das Maler regenerieren. Läuft hier noch Musik? Ja. Aber ich habe die Boxen so leise, damit ich kein Echo habe. Das ist schon besser. Frostgarm hat Hunger. Ah, endlich. Was ist es diesmal? So. Was spachteln? Was ist los? Das ist schon besser. Was muss offenbart werden? So. Vorsicht. Ah, endlich. Dann gehen wir erst mal nach unten gucken. Seht durch meine Augen. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Hilfe. Die Untoten sind so richtig klar. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Frostgarm hat Hunger. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Lauf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Endlich. Alter, wie lange rennen die mir nach? Das ist schon besser. Ah, endlich. Dann mache ich das mit Arthas alleine. Das ist schon besser. Was muss offenbart werden? Vorsicht. Seht durch meine Augen. Ich gehe ungesehen. Alles soll offenbart werden. Niemand erteilt mir Befehle. Laufen sie denn jetzt? Laufen sie jetzt andersrum? Boah, ist das scheiße. Frostgarm hat Hunger. Ah, endlich. Mal schauen, ob sie ihn sehen. Nö. Frostgarm hat Hunger. Hohne den eben hier. Die verdammten Stimme hat. Schlagt Alarm. Das ist schon besser. Frostgarm hat Hunger. Das ist schon besser. Dann kann Arthas wieder nach vorne. Ich werde eure Augen sein. Nein. Wo rennt Arthas denn da? Schreckt Dummkopf. Ja, richtig Dummkopf. Ah, endlich. Das ist schon besser. Endlich. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Mal sehen. Aber mit den Untoten komme ich halt nie so gut zurecht. Ich komme eigentlich nur mit den Menschen wirklich klar. Alles soll offenbart werden. Ich gehe hier ungesehen. Nein. Da ist der Stinker. Mal sehen. Ich gehe hier ungesehen. Vorsicht. Ich werde eure Augen sein. Niemand erteilt sie durch meine Augen. Sprecht Dummkopf. Sprecht Dummkopf. So. Das ist schon besser. Speichern am ab. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ich lebe um zu dir. Endlich. Wie geil. Einfach dazwischendurch. Keiner hat es gesehen. Das ist schon besser. So. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Wozu brauchen wir noch Kultisten? Sie werden euch bei eurer nächsten Mission begleiten. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des ehemaligen Meisters der Akolyten. des Totenbeschwörers Keltusat. Also ein Wiedersehen mit Keltusat. Gut. Dann war das die erste Mission der Untoten. Ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. %. Vielen Dank.